Herzlich willkommen bei FUN. Wir sind die Experten beim Thema Beamsteering. Vor über 15 Jahren haben wir diese Technologie entwickelt und statten seither weltweit zahlreiche Projekte damit aus. Beamsteering ermöglicht die Steuerung des Abstrahlverhaltens von Lautsprechersystemen, ohne dass diese mechanisch geneigt werden müssen. Die Systeme verfügen über mehrere untereinander angeordnete Lautsprecher. Wie bei jedem solcher Linienstrahler entsteht damit ein gerichtetes Abstrahlverhalten. Die Besonderheit bei Beamsteering-Systemen ist jedoch, dass jeder einzelne dieser verbauten Lautsprecher über einen eigenen Endstufen- und DSP-Kanal verfügt. Durch Änderung von Pegeln und Delays der einzelnen Kanäle lassen sich die Parameter des Beams verändern. So kann der Abstrahlbeam des Lautsprechers bis zu 40 Grad geneigt oder nach oben gerichtet werden. Der Öffnungswinkel kann zwischen 0 und 90 Grad gewählt werden. Der Phon Beamsteering-Algorithmus ermöglicht eine besonders feine Einstellung dieser Parameter in 0,1 Grad Schritten. Damit ist eine präzise Ausrichtung des Schalls auf die relevanten Zuhörerflächen möglich. Mit der Funktion Side Lobe Optimize lassen sich unerwünschte Nebenabstrahlkeulen und daraus resultierende Reflektionen wirksam unterdrücken. Ein weiteres Feature? Das akustische Zentrum lässt sich über die gesamte Linienlänge verschieben. Das kann ein entscheidender Vorteil sein, wenn sich beispielsweise ein Rednerpult mit Mikrofon vor dem System befindet. Durch ein Verschieben nach oben werden Rückkopplungen verhindert. Balkon oder Empore müssen ebenfalls beschallt werden? Phon 2 Beamsteering ermöglicht das Hinzuschalten eines zweiten separat steuerbaren Beams. Das Abstrahlverhalten des ersten Beams ändert sich dadurch nicht. Alle Funktionen lassen sich ganz einfach und in Echtzeit mit Phon Audio Soft steuern. Die Flexibilität, die unser Beamsteering mit sich bringt, ist einzigartig. Soll das Abstrahlverhalten nach der Installation nochmals angepasst werden, gelingt das mühelos. Die Lautsprechersysteme bleiben einfach hängen. Das akustische Ergebnis der präzise eingestellten Beams ist ein klares, direktes Klangerlebnis, ohne störende Reflektionen von Decke, Balustraden und Wänden. Weil keine mechanische Neigung und kein Curving der Systeme notwendig ist, ergeben sich außerdem zahlreiche Vorteile für die visuelle Integration. Im Gegensatz zu herkömmlichen Line Arrays können Beamsteering-Systeme auf kleinstem Raum, zum Beispiel neben einem Bühnenportal, entlang von Screens, neben Projektionen oder in einer Nische eingebaut hinter einer Stoffverkleidung installiert werden. Phon ist Marktführer bei der Beamsteering-Technologie und verfügt über das größte Produktportfolio. Vom schlanken Linienstrahler bis hin zum größten modularen Beamsteering-System der Welt. Übrigens ist keines davon auf Sprachwiedergabe beschränkt. Alle Phonesound-Systeme sind für eine hochwertige und breitbandige Musikwiedergabe entwickelt. Die neueste Produktserie Focus Slim ist mit 2,5 Zoll Lautsprechern ultra-kompakt und dabei dennoch leistungsstark. Ausgestattet mit allen Features der Technologie macht sie diese auch für kleinere und preissensiblere Projekte attraktiv. Zum Beispiel kleine bis mittlere Kirchen, Hörsäle oder Konferenzräume. Linea Focus definiert seit über 15 Jahren den Industriestandard im Beamsteering. Man findet sie in Projekten auf der ganzen Welt. Von zahllosen Universitäten, Kathedralen, Bahnhöfen, Flughäfen bis hin zu den Orten, wo die großen politischen Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel im Parlament von Dänemark, Indien oder im Europäischen Parlament in Straßburg. Die Modelle unterschiedlicher Länge sind mit bis zu 32,4 Zoll Chassis ausgestattet. Je länger die Linie, desto stärker werden auch tiefere Frequenzen gebündelt. Noch eine Leistungsklasse höher rangiert unser Focus modular. Das skalierbare System besteht, wie der Name schon sagt, aus Modulen, die flexibel kombiniert werden können. Zum Einsatz kommt es zum Beispiel bei größeren Events, in Plenarsälen wie dem Deutschen Bundesrat, aber vor allem auch in musikalischen Anwendungen wie renommierten Theatern und Festspielhäusern. Beispielhaft ist die Installation im größten Opernhaus Europas, der Opera Bastille. Für die ganz großen Anwendungen haben wir das größte modulare Beam-Steering-System der Welt entwickelt. Focus Venue. Entwickelt für maximales Sounderlebnis und extrem leistungsfähig ist es ein Gänsehautfaktor bei Konzerten und Großveranstaltungen. Draußen wie drinnen. Eingesetzt wird es bei TV-Shows und Tourneen internationaler Künstler. Häufige Festinstallationen sind Sportstadien, große Clubs, Konzerthallen und Kreuzfahrtschiffe. Übrigens lassen sich mit unserem Beam-Steering-Algorithmus auch die Subwoofer steuern, wenn sie als Array aufgestellt oder geflogen werden. Wir bei FONE wollen, dass jedes Projekt, das mit unseren Produkten realisiert wird, ein Erfolg ist. Deshalb unterstützen wir Planer, Integratoren und Endkunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme mit dem FONE Workflow. Dafür haben wir eigene Software zur Simulation, Steuerung und Einmessung entwickelt. Für die digitale Planung im Vorfeld gibt es FONE Designer. In diesem 3D-Akustik-Simulationstool werden Lautsprechersysteme virtuell im Raummodell platziert. Diese enthalten alle Daten über ihr Klang- und Abstrahlverhalten. So lassen sich verschiedene Konzepte vergleichen und das akustisch zu erwartende Ergebnis kann sogar an jeder Stelle im Raum angehört werden. Auch die Beam-Parameter können hier bereits geplant und später ganz einfach in die Konfigurationssoftware FONE Audio Soft im realen Projekt übernommen werden. Beste Klangergebnisse auch in schwieriger Akustik zu erzielen ist seit jeher eine Kernkompetenz von FONE. Kein Wunder, die Firmengründer spielten in einer Band, die viele Konzerte in Kirchen und anderen Räumen mit schwieriger Akustik gab. Da es dafür keine zufriedenstellenden Lautsprechersysteme gab, gründeten sie 1993 FONE. Nach wie vor fertigen wir alle Produkte im Haus nachhaltig und verantwortungsbewusst. Für eure Audio Projekte auf der ganzen Welt. Für eure Audio Projekte Für eure Audio Projekte